Hallo, ich bin Adrian Bürgi von der Joost Elektro AG. Vielleicht kennt ihr den Witz, woher kommt der Strom? Denk aus der Steckdose. Und genau diese Steckdose und die dazugehörigen Leitungen verlegen unsere 110 Elektroinstallateure und 40 Lehrlinge. Natürlich machen sie noch viel mehr als das. Sie machen alles was mit Elektro-Dienstleistung zu tun hat. Datenzentren, Spitäler, Industriebeuten, Unterhaltung Kernkraftwerke, Häuser und das kann einfach mal sein Glühbirne wechseln. Unser Motto lautet, Service macht den Unterschied. Wenn du das mal erleben möchtest, merkt der folgende Name. Joost Elektro AG Brugge. Wir sind an der Standort Brugge. Frick, Baden, Müriken, Windrück zu Hause. Und mein Name ist Adrian Bürgi. Arne Graf, Baden, Müriken, Windrück. Im Nachden, Müriken, Windrück. Abonniert.